Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen schönen guten Morgen, hier ist der Achim und das ist der Geek Talk Daily für Freitag, den 12. Juli. Heute haben wir dabei Amazon, Twitter, Snapchat und Google Maps. Beginnen tun wir mit Amazon. Über die hatten wir auch schon gestern berichtet, weil ja der europäische Gerichtshof entschieden hat, dass Amazon halt eben nicht telefonisch erreichbar sein muss in Sachen Kundendienst. Und ich hatte ja erwähnt, der Kundendienst von Amazon sucht meiner Meinung nach ja wirklich seinesgleichen. Der ist ja top optimiert. Der Kunde steht im Fokus und auch daran wird weitergearbeitet. Und in Amerika gibt es jetzt die Möglichkeit, wenn man etwas von Amazon geordert hat, dass man es nicht nur einfach zurückschickt, was man ja schon machen kann, was total reibungslos funktioniert. Aber man muss halt die Sache noch verpacken. Meistens, wenn man noch das Amazon-Paket hat, ist das relativ einfach, manchmal ein bisschen schwerer. Und genau das wird jetzt angegangen, denn man kann in Amerika mittlerweile seine Sachen von Amazon ohne Verpackung zurückschicken. Das bedeutet, nicht komplett ohne Verpackung, aber nicht mehr mit einer Umverpackung. Also ihr versteht, was ich meine. Die Verpackung des Produktes, die reicht aus. Man muss nicht mehr drumherum Karton packen und die Verpackung des Produktes halt auch mitschützen. Sondern man geht einfach mit der Box vom Hersteller mit dem Produkt zu einer Annahmestelle. Das sind halt logischerweise Amazon Books und Amazon Läden in Amerika. Aber auch Coles und Whole Foods Filialen, die auf Amazon gehören. Aber auch UPS Läden. Und gibt das Produkt ab. Und dann wird das dort von den entsprechenden Leuten verpackt und halt für die Rücksendung vorbereitet. Und kleiner Disklima, aber im UPS Laden ist das nur für die meisten Produkte verfügbar und nicht für alle, was auch immer das heißt am Ende des Tages. Aber auf jeden Fall eine schöne praktische Sache. Und dann kann man halt die Kartons vernünftig nochmal recyceln, entsorgen. Und wenn man dann nach ein paar Wochen entdeckt, dass das Produkt doch nicht so toll ist, dann eben ab zurück. Aber erstmal nur in den USA. Für Deutschland sind da keine Pläne bekannt. Was aber jetzt nach Deutschland kommt und auch nach Frankreich, Italien, Spanien, Großbritannien, Indien und Kanada. Das ist das Transparency-Programm von Amazon. Das ist eingeführt worden, um Fälschungen entgegenzusteuern. Amazon vergibt dann für Produkte Seriennummern. Also für Markenprodukte, meinetwegen, weiß nicht, Gucci-Badeschlappen. Die werden, glaube ich, nicht auf Amazon verkauft. Aber egal, für das Beispiel. Die bekommen eine entsprechende Seriennummer und so ist das halt alles trackbar. Und dadurch möchte Amazon halt gegen den Online-Betrug mit gefälschten Produkten vorgehen, die auch total oft noch auf Amazon verkauft werden. Das finde ich im Prinzip eine gute Sache. Und freue mich, dass das jetzt auch in Deutschland mit Amazon Transparency verfügbar ist. Und falls ihr Twitter benutzt, dann habt ihr vielleicht gemerkt, dass Twitter für eine Stunde nicht erreichbar war. Die Älteren unter uns, die erinnern sich noch an den Fail Whale. Also an den Twitter-Wahl, der immer angezeigt worden ist, wenn bei Twitter Schicht war. Was früher relativ häufig vorkam. In den letzten Jahren nicht. Und irgendwann wurde der Wahl ja auch in die Rente geschickt. Aber jetzt war es mal soweit. Twitter war eine Stunde nicht erreichbar. Das hat ja diverse Firmen auch zuletzt in diesem Sommer getroffen im Juni. Also Facebook war ja auch zweimal down. Und ja, Twitter ist dem nicht gefeit. Aber mittlerweile läuft es wieder. Das ist mehr so eine kleine Anekdote. Vielleicht habt ihr es gar nicht gemerkt. Aber Twitter hat auch ein neues Listenfunktion-Feature in ihrer App eingebaut. Das macht jetzt auch nicht so Sinn vom Satzbau her. Aber es gibt eine neue Listenfunktion innerhalb der Twitter-App. Es gibt ja auch eine neue Timeline, einen neuen Homescreen, wo man halt nach links und rechts wischen kann. Und sich entsprechende Listen auch angucken kann. Und jetzt soll man auch noch weitere Möglichkeiten haben, dass man Listen anpinnen kann. Also ganz klar, die Marschrichtung ist, dass Twitter entsprechend dieses Feature natürlich einfach weiter promoten möchte. Damit Listen, weiß ich nicht, öfters eingesetzt werden. Und ja, eventuell macht das Sinn. Ich persönlich benutze Listen, glaube ich, eigentlich gar nicht. Was ich früher häufig benutzt habe, war Snapchat. In letzter Zeit nicht. Ich bin ja voll all-in bei Instagram gegangen. Und man kann ja lange darüber diskutieren, was Instagram alles von Snapchat kopiert hat. Aber mittlerweile geht es auch wieder zurück, denn auch Snapchat kopiert. Und was gibt es jetzt auf Snapchat demnächst? Highlights. Die heißen auch noch so genauso wie bei Instagram. Sprich, man kann auf seiner Profilseite interessante Fotos und Videos, die man gepostet hatte in seiner Story, die dann dort ja nur 24 Stunden verfügbar sind, entsprechend reinpinnen. Und die sind abrufbar. Und man kann sich so eine Art Profil aufbauen, für was man denn so auf der Plattform steht. Ja, also wie gesagt, kopieren geht in beide Richtungen. Und ob das jetzt so ein riesen Feature ist für Snapchat, sei mal dahingestellt. Gucken wir mal, wie sich das entwickelt. Und ein letztes Feature für heute, was neu reinkommt, ist bei Google Maps. Und wie immer, nicht bei uns, sondern es wird erstmal im Rest der Welt getestet. Und Google testet auch sehr gerne in Indien. Und in Indien wird gerade für Google Maps ein Feature getestet, wo man sich halt Angebote der Restaurants in der Nähe anzeigen lassen kann. Also, man geht auf Google Maps und hat entsprechend im Explore-Tab auch die Möglichkeit, sich Offers anzuschauen. Und dann sieht man, wenn man halt irgendwo beispielsweise, weiß nicht, 25 Prozent von seinem Hauptgericht runterbekommt und kann dann darauf basierend seine Entscheidung treffen, wo man sich hinnavigieren lässt. Ja, das ist jetzt auch kein Mehr-Mods-Feature. Das hätte man auch absehen können, dass mal sowas irgendwann kommt. Macht Sinn und mal schauen, wann wir das in Deutschland haben. Und das war's. Das war's für diese Woche. Vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt positiv. Und am Montag wird euch der Martin wieder mit News bedienen. Ciao, ciao. Hört mehr Geek Talk.